Game Keys, Game Cards, Gold und Credits, MMOGA, dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV und hier kommen wir zur Auflösung des Gewinnspiels. Ja, es haben sehr viele mitgemacht und lustig ist, sehr viele Leute haben es auch sehr viel falsch gemacht. Ich habe mich hier köstlich amüsiert dabei, die falschen Antworten auszufiltern und wir sind zu einem Ergebnis bekommen, dass insgesamt 23 Leute die richtige Antwort hatten. Ihr wundert euch, warum ihr nicht dabei seid? Ja, dann habt ihr einfach nicht richtig zugehört oder nicht richtig nachgefurcht. Tja, selber Schuld würde ich dazu sagen und ja, den Zufallsgenerator habe ich gewählt, Zufallsgenerator.net. Ich habe die ganzen Leute in einer Reihe aufgeschrieben, 23 sind es an der Zahl und ja, dann schauen wir doch mal nach, welche Zahl es ist. Eine neue Zufallszahl generieren zwischen 1 und 23, 23 Gewinne haben wir und ich werde generieren drücken und derjenige ist der glückliche Gewinner. Klick. Deine Zufallszahl ist die Nummer 9. Das heißt, der 9. ist der Gewinner. Schauen wir mal in meinem E-Mail-Account. Und hier sind wir auf meinem E-Mail-Account und der 9. Platz ist Alexander Dutzler. Herzlichen Glückwunsch, dir gehört der Landwirtschaftsgigant. Bitte schreibe mir nun auch mit dem Kontaktformular oder PPN in YouTube deine richtige Adresse und das Spiel ist auf dem Weg zu dir. Ich danke allen Leuten, die mitgemacht haben. Ich danke Moritz, Marco, Chris, Lorenz, Johannes, Cyberstorm, Diego LP, Abraham, Big Hero LP, Hortmanns, Hennings, Ernst Klein, also Ernst Klein, Marcy, Isabel, Marek, Odomumum oder so, keine Ahnung. Jens, Rick, Simon und Nils für die Teilnahme. Ihr hattet alle die Fragen richtig und noch einer, den konnte ich nicht aussprechen, wo war es? Buain Skontenik oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Alex, du bist der Gewinner. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Spiel und wie gesagt, schreibt mir noch deine Adresse, dass das Ganze auch funktioniert. So, falls ihr Interesse habt an weiteren Gewinnspielen, schreibt es unten in die Kommentare und vielleicht lasse ich mir da was einfallen. Vielleicht habt ihr auch Tipps und Tricks, was wir gewinnen könnten. Aber bitte realistische Wünsche, ja. Gut, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke euch fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.